Bavénia ist ein Fadriarpa-Gausse und ein Patron des Berghus Radoms. Bavénia bedeutet für mich die Ruhe, das Abschalten, die Natur, die wir hier oben haben und die schönen Berge. Ich kann rausgehen vor den Haustüren, tief durchatmen und eine kleine Wanderung machen, einen schönen Sonnenaufgang anschauen und dann ist die Welt in Ordnung. Wir haben oft Gäste hier oben, die einen High-Octane-Job haben, die hier hochkommen und dieser Ort macht richtig etwas mit ihnen. Und wenn sie wieder weggehen, sind sie schön bei der Scheifung. Musik